Moin, mein Name ist Tobi von Feine Bohnen und ihr hört eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Heute rede ich mit den Röstbrüdern Colin und Vincent aus Weimar. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr seid die Röstbrüder, aber ihr seid auch tatsächlich Brüder. Ist das korrekt? Das stimmt absolut, ja. Das heißt, ihr habt jetzt sozusagen ein Family-Business aufgebaut. Ihr seid beide am Kaffee rösten, ja? Genau, wir haben ein Family-Business aufgebaut. Also ich bin Vincent, damit man die Stimme zuordnen kann. Und ich habe als Kaffee-Röster gearbeitet und dann über die Jahre meinen Bruder so sehr angesteckt, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, wir wollen das gemeinsam machen und gemeinsam eine Kaffee-Röstreihe auch eröffnen. Okay, das klingt interessant, aber wir wollen euch natürlich erstmal kennenlernen und dazu machen wir unsere Schnell-Frage-Runde. Ich hoffe, ihr kennt die Fragen jetzt nicht schon. Aber fangen wir mal mit der ersten Frage an. Mit welchen drei Worten würdet ihr euch beschreiben? Ich fange mal an. Ich würde mich selber beschreiben als zugänglich, zielstrebig und gute Servicekraft. Also ich würde mich beschreiben auch als zielstrebig, als idealistisch und eine frohe Natur. Und wenn ihr die freie Wahl hättet, wo wärt ihr gerade am liebsten auf der ganzen Welt? Ihr habt die freie Wahl. Das ist eine schwierige Sache. Tatsächlich zur Zeit hier in Weimar. Ja, für mich auch. Ich komme gerade aus einer Woche Urlaub und bin gerade sehr happy, auch wieder in der Röstreihe stehen zu können. Deswegen, im Moment ist es wirklich Weimar. Das habe ich schon mal gehört. Also, dass die Röster am liebsten irgendwie in ihrer Heimat und in der Nähe von ihrem Röster stehen. Ich persönlich wäre jetzt gerne zum Beispiel in Kolumbien oder nach dem letzten Podcast wäre ich auch gerne mal in Vietnam. Aber gut, in Weimar war ich noch nicht. Da muss ich vielleicht mal vorbeischauen. Das ist sehr schön. Komm gerne vorbei. Wie viel Kaffee trinkt ihr denn täglich so circa? Das schwankt ein wenig, aber alleine mit Einstellen der Mühle morgens kommt man schon locker gegen frühen Nachmittag auf 5. Im Zweifel werden es auch mal 10 Tassen Kaffee. Ja, ich bin da glaube ich noch ein bisschen extremer unterwegs. Also, vor 4 Espressi gehe ich nicht aus dem Haus und dann so über den Tag probiere ich dann die ganzen Röstungen und so. Und ich glaube, unter 10 lande ich selten, ehrlich gesagt. Ja, das ist schon eine ordentliche Menge. Da kann ich dann vielleicht doch nicht mehr mithalten. Ja, du hast gerade gesagt, ihr seid noch jung. Wie alt seid ihr denn? Vielleicht könnt ihr das auch nochmal gerade sagen. Also, ich, Colin, ich bin 29 und ich bin 24. Ah, okay. Also, der kleinere Bruder. Alles klar. Wie trinkt ihr euren Kaffee denn am liebsten? Also, Espresso, Latte Macchiato, vielleicht sogar einen Kaffee Americano? In den allermeisten Fällen ist es tatsächlich bei mir entweder ein Handfilter oder einfach Espresso. Manchmal auch ein verlängerter. Ja, ich bin ein unglaublicher Fan jetzt über den Sommer geworden von Cold Brew und trinkt sehr gerne irgendwie ein Glas Cold Brew am Morgen, aber ansonsten meistens dann auch als Espresso. Aber nur ein Glas Cold Brew oder schon mehrere, weil Cold Brew hat ja mehr Koffein als normaler Kaffee, ne? Ja, ganz ehrlich, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber es kann, je nachdem wie viel da ist, kann das schon mal passieren, dass da auch zwei, drei Gläser Cold Brew bei rumkommen. Da bist du dann auf jeden Fall wach, ne? Da bin ich auf jeden Fall wach. Dann kommen wir zur letzten Frage der Schnellfragerunde und das ist wahrscheinlich eine Frage, die wie für euch gemacht ist. Welche Aromen bevorzugt ihr denn? Eher fruchtig, eher schokoladig? Was ist da euer Favorite? Also, am liebsten trinke ich sehr fruchtigen Kaffee. Ich mag das, wenn die Säure richtig spritzig ist und dann darüber ganz viele interessante Fruchtnoten transportiert werden. Also, es kommt selten vor, dass ich selber mal so einen schokoladigen, nussigen Kaffee mir mache, sondern ich stehe da wirklich darauf, dass das richtig fetzt und schön viel Säure drin ist. Da würde ich mich anschließen, vor allem in die Zitrus-Richtung, wenn es in Richtung orangige oder zitronige Noten geht, das ist auf jeden Fall was, was richtig fetzt. Es darf ruhig komplex sein mit verschiedenen Ebenen, sodass es vornherum vielleicht ein bisschen was anderes noch hergibt, als wenn es dann länger auf der Zunge liegt. Ja, mit so einer ähnlichen Antwort habe ich gerechnet. Warum, darauf gehen wir später noch ein. Aber jetzt erzählt mir doch erstmal, wie hat denn das mit Kaffee bei euch eigentlich angefangen? Also, mit Kaffee hat es bei mir angefangen, glaube ich, auch aus einem Interesse heraus, dass ich gerne Kaffee getrunken habe und dann gemerkt habe, okay, hinter dem Thema steckt mehr. Und ich habe mich dann dafür interessiert. Ich habe zu der Zeit in Osnabrück Kognitionswissenschaften studiert und bin da eigentlich sehr aufgegangen in dieser wissenschaftlichen Richtung. Habe dann als Nebenjob angefangen, in einer Kaffee-Rösterei zu arbeiten und dann war es halt irgendwie um mich geschehen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, als Röster dort zu arbeiten und ab da stand ich dann einfach irgendwie 50 Stunden die Woche im Laden und habe Kaffee probiert und Kaffee getrunken und geröstet. Und ja, bin voll eingestiegen in das Thema. Und da mein Bruder und ich halt schon länger ein Herz und eine Seele sind, kam er gar nicht drum rum, als dass er sich anstecken lassen hat. Ich meine, ich habe schon immer auch Kaffee getrunken. Das hat sehr, sehr früh angefangen, irgendwie auch in unserer Familie. Immer Kaffee schwarz. Und nach dem Studium bin ich in Weimar in der Gastro gelandet und habe einige Jahre hier als Vollzeitkraft in der Gastronomie gearbeitet und dann natürlich bei Besuchen bei meinem Bruder in Osnabrück, ihn besucht in den Cafés und in der Rösterei, wo er gearbeitet hat. Und er hat mir immer wieder, ich sage mal, moderne, hell geröstete Kaffees vorgesetzt und hat gesagt, guck mal, probier den mal, das ist geil, das musst du unbedingt probieren. Und so bin ich dann nach und nach erst tatsächlich zu dem Thema gekommen. Und durch natürlich die Zeit, die man sich damit beschäftigt, die verschiedenen Cafés, die man probiert, auch die anderen Röstereien und Cafés, die wir besucht haben, wenn wir gemeinsam unterwegs waren, habe ich mich dem Thema immer weiter angenähert. Und vor allem, als Vincent dann gesagt hat, naja, ich will eigentlich viel mehr noch von dem Prozess kontrollieren können. Ich will irgendwie das Ganze in meiner eigenen Rösterei haben. Warum machen wir nicht eine Rösterei? Lass uns irgendwie, wie gesagt, das Thema war schon immer irgendwie da, dass wir was gemeinsam machen. Und er meinte, ich will da wirklich tief einsteigen in das Thema und mich wirklich auf ganz anderen Ebenen noch damit beschäftigen. Weil ihr auch gemerkt habt, da gibt es einfach mehr als das, was euch bisher bekannt war oder wie? Also für mich war es ganz bezeichnend. Also ich kann dir wirklich ein paar Tassen Kaffee aufzählen, die ich getrunken habe, die mein Verständnis von Kaffee verändert haben. Und das war dann immer so ein Schritt mehr in die Richtung. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das Thema Kaffee ist irgendwie relevant. Das gibt einmal auf der Geschmacksebene ein super interessantes Thema, aber es ist halt auch gesellschaftlich gesehen ein sehr spannendes Thema. Und dann wollte ich irgendwie, ich wollte mehr über den Anbau erfahren. Ich wollte mehr über die Handelsketten erfahren. Ich meine, wenn man in einer anderen Rösterei arbeitet, dann hat man begrenzten Freiraum mit den Röstprofilen, die man entwickeln darf, sage ich mal. Und da wollte ich dann einfach auch mehr unser eigenes Ding am Ende machen. Aber ihr seid ja dann erstmal, wenn ich mich recht entsinne, nach dem Studium auf eine Reise gegangen. War das richtig? Das ist sehr richtig. Wir haben uns so ein bisschen zum Ziel gesetzt, erstmal zum Anfang ein bisschen Wissen zu sammeln, nach Süd- und Mittelamerika zu reisen, auf Kaffee-Plantagen zu gehen, uns anzugucken, wie genau findet das da wirklich statt. Durch Woofing sogar eine Zeit lang wollten wir eigentlich auf Plantagen arbeiten und uns dort eben irgendwie mit dem Thema weiter beschäftigen und hatten das Ganze angesetzt. Wir wollten ungefähr so sechs bis neun Monate unterwegs sein und haben hier in Deutschland die Zelte abgebrochen, unsere Wohnungen weiter vermietet, unseren Kram irgendwo untergestellt, eine Reisenkrankeversicherung abgeschlossen und sind dann nach Mexiko geflogen, sind in Cancun gelandet und von da aus dann die Küste ein wenig runter bis zu so einem kleinen Surferdorf, wo wir erstmal angekommen sind und natürlich auch die Sonne genossen haben, das gute Wetter genossen haben und dann wurden wir von einem starken Regen abgehalten von der Weiterreise und Vincent hat sich am dritten Tag tatsächlich einen Sturz erlitten und das Jochbein gebrochen. Ja, und dann war quasi nach vier Tagen war dann klar, okay, das muss operiert werden, wir müssen zurück nach Deutschland. Ja, und dann kommt man in Deutschland an und hat keinen Job mehr, kommt irgendwie bei der Freundin unter. Ja, und dann hatte ich aber auch auf einmal ganz viel Zeit, um mich wieder mit Kaffee zu beschäftigen. Nur leider nicht in Mexiko, sondern in Deutschland. Leider nicht in Mexiko, leider nicht mit dem Anbau, aber dann habe ich irgendwie alle Bücher übers Rösten gekauft, die ich kriegen konnte und das wirklich studiert. Ich meine, ich komme irgendwie dann doch so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Ansatz und ja, dann verhandeln. Also die Theorie war dir da wichtig? Also für mich ist es immer wichtig, erst die Theorie zu sammeln, das dann auszuprobieren und dann sich nochmal Leute ranzuholen, die einem nochmal Tipps geben können und dann wieder zurückzugehen in die Praxis. Das ist immer so mein Ansatz, sage ich mal. Kannst du ein Buch empfehlen zum Thema Rösten? Ich kenne da gar keins. Also was ich natürlich, ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, ist halt von Scott Rao, A Roses Companion und dann gibt es noch Modulating the Flavor of Coffee und die beiden verfolgen so ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Also das eine geht mehr so ein bisschen um die Praxis, okay, wie kriegt man guten Kaffee hin und das zweite Buch geht dann ein bisschen darauf ein, okay, wie kann ich wirklich gewisse Geschmacksnoten, die ich in einem Kaffee herauskitzeln will, herauskitzeln. Und dann hast du dich mit der Theorie beschäftigt und da eingearbeitet als Vorbereitung auf deinen eigenen gerüsteten Kaffee, ja? Das war noch gar nicht so klar. Das hat sich dann auch in der Zeit entwickelt, dass man sitzt dann da natürlich und denkt so, ja gut, was mache ich jetzt? Ich habe halt ein bisschen gejobbt in einem Laden, die Kaffeemaschinen reparieren und verkaufen. Das war auch spannend, das nochmal ein bisschen mitzunehmen. Und dann, ich sage mal, nach einem Monat war dann irgendwie, habe ich Colin angerufen und gesagt, du, wir hatten diese Idee mit der Kaffeeröstreihe jetzt schon ein bisschen länger, lass uns das doch jetzt einfach machen. Wir haben keine Familie, wir haben keinen Job, also wir haben auch nichts zu verlieren gerade, dann lass uns das doch jetzt machen. Und dann war so die Idee da und dann wussten wir aber noch gar nicht, wo wir das genau machen wollen. Und es war noch sehr vage irgendwie und haben uns verschiedene Städte angeschaut. Und zu der Zeit war bei mir gerade, ich hatte noch einen Masterplatz für mein Masterstudium in Hildesheim. Und dann dachten wir uns, okay, wir gucken uns vielleicht mal Hildesheim an, fahren da erstmal hin und sehen uns die Stadt an, sind dann tatsächlich dort ein Wochenende bei unserer Tante untergekommen, durch die Stadt gelaufen, haben uns angeguckt, was gibt es für Cafés, was gibt es vielleicht schon vor Ort, haben gesehen, es gibt schon Kaffeeröstereien und haben aber auch festgestellt, dass es irgendwie nicht so richtig unsere Stadt ist, wir uns nicht ganz so wohl fühlen. Und die Uni war zwar schon nicht schlecht, aber irgendwie war das Feeling noch nicht so ganz so richtig und den einen Nachmittag sind wir dann so ein bisschen planlos durch die Stadt gelaufen, sind an einem Feinkostladen vorbeigelaufen und der war gerade zugemacht. Und im Schaufenster stand aber noch ein Schild, wir haben auch selbst gerösteten Kaffee. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wenn die selbst gerösteten Kaffee haben, dann müssen die auch einen Kaffeeröster haben. Der Laden sieht nicht so aus, als würde er aufmachen. Haben also dort angerufen, haben gefragt, wie sieht es aus, habt ihr euren Röster noch und würdet ihr den verkaufen? So einfach kommt man dann an einen Röster? Ja, irgendwie sind wir dann halt über diesen Röster gestolpert. Und witzigerweise waren das auch zwei Brüder. Und die haben einen sehr klassischen Kaffee gemacht, sage ich mal. Und ich konnte es kaum glauben, als er dann meinte, ja, ich habe hier irgendwie eine Röstmaschine, das ist irgendwie ProBad oder so steht da drauf. Natürlich, geil, ProBad-Röster, super. Was wollt ihr dafür haben? Und sind wir da hingefahren, das war außerhalb von Hildesheim. Haben direkt eine Anzahlung gemacht und gesagt, komm, wir kommen in drei Wochen wieder und holen das Ding ab. Und am Ende haben wir uns aber so gut mit denen verstanden, dass wir den, sage ich mal, für einen symbolischen Preis bekommen haben. Das ist eine Maschine von 1958 und ProBad L12-Röster. Und den haben wir jetzt ein bisschen aufarbeiten lassen. Und das ist jetzt das Herzstück unserer kleinen Rösterei und quasi auch der Anfang. Also bevor wir überhaupt wussten, wo wir hingehen oder wie das Ganze konkret aussieht, haben wir dann diesen Röster gekauft. Ja, genial. Das heißt, ihr hattet dann einen Röster, aber noch gar keine Kaffee-Rösterei. Wie macht man dann weiter? Wo stellt man den hin? Habt ihr dann auch Räumlichkeiten dafür gefunden? Also der Röster ist dann erstmal in die Aufarbeitung gegangen. Der ist ein bisschen älter und ich wollte natürlich dann auch irgendwie Thermosensoren noch drin haben und so weiter. Schnittstelle für Programme und dann wurde der noch ein bisschen aufgehübscht. Und die Zeit hatten wir dann quasi, um uns zu entscheiden, wo wir eigentlich jetzt diese Kaffee-Rösterei aufmachen und was für Räumlichkeiten das werden. Das heißt, ihr habt diesen Röster dann erstmal getunt oder habt ihr den tunen lassen besser wahrscheinlich, ne? Wir haben den tunen lassen. Ja, da gibt es dann auch einige Sachen, wo zum Beispiel der Röster, der ist von 58. Da gab es noch keine EU, noch keine EU-Standards für Gasbrenner und solche Späße. Und da ist es schon gut, wenn man das professionell machen lässt. Mhm, okay. Und ja, du wolltest gerade weiter ausführen. Und ihr habt dann nach einem neuen Zuhause für den Röster gesucht. Na, nach einem neuen Zuhause für uns und für den Röster. Und ich war ja schon oft in Weimar, Colin zu suchen. Und ich habe gesagt, du, Colin, in Thüringen, da gibt es noch nicht so viel, was Speciality-Kaffee angeht. Und Weimar ist echt schön. Wir fühlen uns da beide pudelwohl. Du hast da unglaublich viele Verbindungen in die Gastronomie-Szene. Du kennst da richtig viele Leute. Eigentlich wäre es blöd, in eine andere Stadt zu gehen. Und das war am Ende auch der Entscheidungspunkt für Weimar, einfach zu sagen, okay, ich war schon seit Ewigkeiten dort. Ich kenne viele Leute. Wir fühlen uns beide sehr wohl. Und vor allem die Kaffeeszene ist, was Speciality-Koffee angeht, Third Wave-Koffee angeht, auf jeden Fall noch nicht da, wo sie sein könnte. Und da haben wir gesagt, warum machen wir nicht die erste Speciality-Rösterei in Weimar auf? Und gucken mal, was wir hier erreichen können in Thüringen. Wann war das? Also wann habt ihr im Prinzip wirklich mit dem Rösten gestartet? Mit dem Rösten haben wir Anfang dieses Jahres erst gestartet. Also im Februar wurde die erste Charge-Kaffee von uns auf diesem Röster gerüstet. Okay, und wie läuft das jetzt so bisher? Also habt ihr das Gefühl, ihr habt schon euer Ziel so ein Stückchen erreicht? Kommt euer Kaffee dort an? Wird der wirklich angenommen? Also wir bieten ja alles an. Also unsere Aufgabe sehen wir halt ein bisschen darin, sage ich mal auch so wie du, die Leute an Kaffee ranzuführen. Weil wir haben auch nicht angefangen mit superfruchtigem Kaffee. Wenn man ehrlich ist, am Anfang trinkt man halt, sage ich mal, eher klassischen Kaffee. Oder zumindest ist das unsere Erfahrung gewesen. Und deswegen wollen wir da auch die Tür öffnen für andere Leute über hochqualitativen Kaffee, der ein bisschen klassischer schmeckt, ranzukommen an diese super spritzigen, fruchtigen Kaffees. Und das funktioniert aber gut. Wir haben sehr viele Gastronomien, die immer mehr Interesse dafür kriegen, die wir inzwischen beliefern, die sich jetzt auf einmal anfangen, auch mit dem Thema Kaffee auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch die Vision dahinter so ein bisschen, dass einfach insgesamt mehr Wert auf Kaffee gelegt wird. Ich meine, der Zeitpunkt, wo wir gestartet sind, war ein bisschen schwierig, da wir natürlich direkt erstmal konfrontiert waren mit der Corona-Pandemie. Und eigentlich natürlich unseren Laden haben wollten, um die Leute auch einladen zu können und teilhaben lassen zu können am Röstprozess, dass sie sehen, wie geröstet wird, dass wir eben auch Kaffee zubereiten können für die Leute und eben viel mit denen in Kontakt treten können, mit denen reden können, erklären können, was wir machen, warum wir das machen. Und das hat sich alles ein bisschen verzögert und nach hinten geschoben. Jetzt haben wir den Laden offen. Aber ihr habt schon Kaffee verkauft oder, also wie lief das denn jetzt mit Corona bei euch? Hattet ihr dann schon einen Online-Shop oder wie habt ihr denn den Kaffee dann verkauft? Wir haben ihn sehr, sehr plötzlich und sehr, sehr schnell aufgezogen, unseren Online-Shop. Wir hatten so eine rudimentäre Website vom Start und dann aber natürlich irgendwie mit der Ansage, okay, der totale Lockdown, es darf gar nichts auf sein, war bei uns erstmal, okay, dann brauchen wir jetzt einen Online-Shop und haben in sehr kurzer Zeit mit Hilfe von Freunden und irgendwie Bekannten innerhalb von zwei Wochen diesen Online-Shop hochgezogen, dass wir überhaupt irgendwie so ein bisschen was verkaufen können und haben in Weimar dann auch mit dem Fahrrad ausgeliefert und das darüber ein bisschen gemacht. Ah ja, aber das ist ja cool. Also wenn der Röster selber mit dem Fahrrad vorbeikommt und den Kaffee vorbeibringt, dann kann der mir ja direkt mehr Infos geben als so ein Postbote, ne? Absolut, definitiv. Und das Schöne ist, man kommt auch direkt wieder ins Gespräch über Kaffee. Man darf sich halt nur nicht verquatschen, weil dann kommen die anderen Lieferungen nicht mehr an. Aber ihr habt, also wie habt ihr das dann gemacht? Weil wenn man jetzt so einen Online-Shop anfängt und ganz neu ist, man kann ja jetzt nicht auf seine Stammkunden zurückgreifen, die schon jahrelang den Kaffee bei einem bestellen. Habt ihr dann viel Online-Marketing gebraucht oder lief das über Mundpropaganda? Wie kommt man dann so an die ersten Kunden? Weil ich hatte ja schon mal mit Happy Coffee, mit denen hatte ich schon mal einen Podcast. Und die verkaufen ausschließlich online. Und da ist auch das Problem, dass die Kunden ja noch nie den Kaffee testen konnten. Das heißt, wenn sie ihre erste Bestellung machen, müssen sie sich komplett darauf verlassen, dass der ihnen schmeckt. Und keiner kann ihnen irgendwie eine Probe anbieten wie im Kaffee. Wie hat es denn bei euch dann angefangen? Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Also natürlich haben wir auch darauf gesetzt, dass wir über das Kaffee mit den Leuten ins Gespräch kommen, die das probieren können. Ja, bei uns hat es einmal viel Mund-zu-Mund-Propaganda gebraucht, dass die Leute irgendwie Freunde das weiterempfehlen und dann waren wir irgendwie ganz überrascht davon, dass auf einmal überall aus der Republik Bestellungen kommen von Leuten, die wir nicht kennen. Und da haben wir uns auch so ein bisschen selber gefragt, wie es dazu gekommen ist. Ja, ich glaube, es ist auch einfach witzig, wenn man Weimar kennt, dann hier ein paar Jungs in einem Lastenfahrrad rumfahren zu sehen und dann fragt man sich auch direkt, ja, was ist denn das? Aber am Ende genau das halt irgendwie eine schöne Webpräsenz, viel auf Instagram posten. Aber wenn jetzt einer aus München bestellt hat, seid ihr nicht mit dem Lastenrad vorbeigekommen, oder? Das kostet dann extra. Nee, also nach München liefern wir nicht mit dem Lastenrad. Da haben wir das natürlich versendet. Ja, aber dann habt ihr im Prinzip gezwungenermaßen expandiert, könnte man sagen. Also ich gehe mal davon aus, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, dann hättet ihr erstmal nur lokal beziehungsweise regional euren Kaffee verkauft, oder? Ich denke auch. Also das Ziel war ja auch, in Mittelthüringen zu verkaufen. Aber was ganz spannend ist eigentlich an diesem Lockdown, ist, alle Menschen bestellen irgendwas online und die ganzen lokalen Läden oder viele lokalen Läden waren nie, sage ich mal, darauf vorbereitet, Sachen auszuliefern oder Online-Bestellungen anzunehmen. Und das ist, sage ich mal, ich möchte es jetzt nicht schönreden, aber das ist so eine kleine Chance, glaube ich, dass jetzt die ganzen lokalen Produzenten und viele kleinen Läden auch auf einmal einen Online-Shop haben, ausliefern. Und deswegen gibt es jetzt, glaube ich, viele Leute, die sich dann doch entscheiden, okay, kaufe ich das jetzt auf irgendwie einem großen Online-Marktplatz oder kaufe ich das einfach online hier bei meinem Lokalproduzenten. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Effekt, dass wir zumindest aus unserem Umfeld merken, okay, viele Leute greifen dann doch auch gerne zu den lokalen Geschäften. Ja, also so schlimm das mit Corona ist, denke ich doch, dass es irgendwie eine gewisse Innovation gebracht hat, vieles, was jetzt doch funktioniert, obwohl man das vorher nicht dachte. Wie viele Leute jetzt im Homeoffice arbeiten oder wie viele Leute jetzt einen Online-Shop haben und man kommt doch irgendwie voran. Ich glaube, manchmal muss man zur Innovation irgendwie gedrängt werden, aber das funktioniert dann. Also ihr hättet jetzt vielleicht noch keinen Online-Shop, wenn nicht Corona gewesen wäre. Und wie habt ihr dann dieses Lastenrad bekommen? Habt ihr das auch durch Zufall irgendwo entdeckt oder habt ihr euch das irgendwo gekauft? Das haben wir uns tatsächlich für die Zeit von einem guten Freund geliehen, der das zu der Zeit halt nicht gebraucht hat. Einen Schreiner, den wir hier kennen, auch in Weimar. Aber so funktioniert tatsächlich sehr, sehr viel in Weimar durch Freunde, Bekannte, durch Hörensagen und man kennt jemanden, der jemanden kennt und das haben wir halt für die Zeit einfach benutzt. Aber das ist doch genial. Also aus dem Pech in Mexiko mit dem Abbruch der Reise habt ihr doch dann irgendwie alles gut hinbekommen. Durch Zufall da einen Röster entdecken, ein Lastenrad ausgeliehen bekommen, schnell noch einen Online-Shop aufgebaut. Also das klingt ja als steckte dahinter irgendwie ein Plan. Aber was für Kaffee röstet ihr denn jetzt eigentlich so? Also ihr seid jetzt mehr so auf dem fruchtigen Trip oder versucht mehr in Richtung fruchtig zu gehen, auch wenn ihr alles röstet und alles anbietet, richtig? Nee, unser Hauptansatz ist tatsächlich in erster Linie, welche Bohnen kaufen wir ein. Wir arbeiten mit kleinen Importeuren zusammen, die eben entweder selber Plantagen besitzen oder den direkten Kontakt zu den Plantagen oder kleinen Kooperativen haben. Und diesen Kontakt, den wir eben in Weimar auch pflegen, sowohl mit unseren Geschäftskunden als auch mit unseren Privatkunden, den Leuten, die bei uns in den Laden reinkommen, genau denselben direkten Kontakt wollen wir eben auch haben mit den Leuten, die den Kaffee importieren und da eben darauf achten, dass wir wirklich Speciality hochqualitativen Kaffee bekommen und dort versuchen wir immer das Beste rauszuholen. Ja, und es ist uns halt in erster Linie wichtig, dass wir hinter dem Produkt stehen können, was die Qualität anbelangt, aber auch was die Herkunft anbelangt. Ich bin mir sicher, du hast auch mit vielen Leuten geredet, die sich damit viel auseinandersetzen. Genau, und deswegen ist für uns immer die Priorität, okay, wo kommt der Kaffee her? Ist das nachvollziehbar? Bleibt da genug Geld irgendwie in dem Anbauland selber? Und dann suchen wir da uns schöne Bohnen raus und versuchen dann immer ein, zwei Kaffees zu haben für Leute, die vielleicht nicht auf fruchtige Kaffees stehen, rösten die ein bisschen dunkler und haben dann quasi einen Kaffee in der Mitte und der Rest ist dann wirklich schön fruchtig, richtig schön hell geröstet, damit man auch dieses ganze Spektrum an Geschmackserlebnissen, was Kaffee bieten kann, auch abdeckt. Ja, man muss vor allem eben auch gucken, die Geschmacksgewohnheiten, vor allem hier in Thüringen. Ich meine, Thüringen hat eine sehr ausgeprägte Kaffee- und Kuchenkultur, aber die Geschmacksgewohnheiten liegen halt ganz klassisch bei schokoladigem Kaffee, der kakaoisch ist, mit vielen Röstaromen und die Leute eben genau da abholen auf einem ganz anderen Qualitätslevel und dann eben heranführen an spannendere Geschmäcker und da sehen wir auch tatsächlich eine Entwicklung. Also die Leute, die öfter bei uns im Kaffee vorbeikommen, die sind auf jeden Fall bereit, auch mal was Neues auszuprobieren, wenn wir gerade irgendeine neue Röstung da haben oder einen neuen Kaffee da haben, da sind immer alle super gespannt und freuen sich auch dann darauf, das ausprobieren zu können oder auch Sachen, was man sonst hier in Thüringen nicht bekommt, wie Handfilter oder Aeropress, Stempelkannen und darüber eben auch die Leute heranzuführen. Vielleicht haben wir hier Zuhörer, die sich gar nicht so sehr damit auskennen, wie Kaffee hell geröstet wird oder wie die fruchtigen Noten herausgearbeitet werden. Könnt ihr dazu vielleicht mal ein bisschen was sagen? Ihr habt ja, wie ich gehört habe, spannende Bücher übers Rösten gelesen, also die Theorie müsstet ihr ja erkennen. Vielleicht könnt ihr es mal so grob zusammenfassen. Wie macht ihr das, dass ihr fruchtige Noten herausarbeitet oder was heißt hellrösten? Also beim Geschmack von Kaffee geht es erstmal darum, okay, wo wächst der Kaffee, was ist das für eine Varietät und wie wird er danach aufbereitet, also wird er gewaschen, wird der Honey aufbereitet, anaerobisch oder natural. Das gibt erstmal ein Potenzial von diesem Kaffee, was der möglicherweise kann. Und ich sehe unsere Aufgabe als Röster so ein bisschen, dieses Potenzial am besten zu betonen. Und wenn man sagt, hellgerösteter Kaffee, also Kaffee ist eine Frucht, diese Bohne hat Fruchtnoten drin und da sind gewisse Säuren drin, die man natürlich schmeckt. Und diese Säuren transportieren halt aber auch Geschmäcker. Und röstet man den Kaffee jetzt ganz lange, dann kommen irgendwann nur noch Röstaromen dazu. Das kennt man auch vom Essen. Wenn ich jetzt irgendwie eine Aubergine nehme und drei Stunden richtig heiß in der Pfanne mache, dann schmeckt die irgendwann, ja, einfach nur noch nach Asche. Und deswegen kann man sich das so vorstellen, je länger ich diesen Kaffee röste, desto mehr Röstaromen kommen dazu. Und die sind dann halt immer sehr ähnlich und überdecken dann diesen natürlichen Geschmack von der Bohne. Das heißt, röste ich den etwas kürzer, dann habe ich die Chance, dieses natürliche Aroma, was in der Bohne steckt, mehr zu betonen, weil das nicht so sehr überdeckt wird von dem, was später im Röstprozess dazukommt oder bei höheren Temperaturen. Und tatsächlich ist da eben auch wichtig, wie wird er aufbereitet, wie, was für Bohnen sind es zum Beispiel. Wir haben einen Red Bobon, wo zum Beispiel ausschließlich die, die wirklich sehr reifen, roten Kaffeekirschen gepflückt werden. Und in der Aufbereitung, eben wie Vincent vorhin schon angedeutet hat, ist es auch eine Frage, wie wird das Ganze fermentiert? Wird der, die Kaffeebohne vorher schon aus der Kirsche rausgepresst oder wird sie eben als Ganze in die Sonne gelegt und fermentiert in der Schale? Das sind alles so Sachen, die eben auch wiederum den Kaffee-Geschmack beeinflussen, beeinflussen, wie kräftig oder klar gewisse Noten in dem Kaffee herauskommen. Wo du jetzt gerade noch von Fermentation und so weiter sprichst, plant ihr eigentlich dann noch mal eure Mexiko-Reise nachzuholen und bei den Farmen vorbeizuschauen? Also ich sage mal, sechs bis neun Monate ist jetzt glaube ich gerade nicht drin. Nein, das ist ja auch der Vorteil für uns, dadurch, dass wir mit kleinen Importeuren zusammenarbeiten, ist es natürlich viel leichter, mit denen in Kontakt zu treten und auch die, die haben dann selber die Möglichkeit, rumzuexperimentieren mit Aufbereitungsmethoden und so weiter, wenn die selber Plantagen besitzen. Und wir wollen auf jeden Fall noch mal in Ursprungsländer reisen. Jetzt gerade sind wir hier vor Ort in Weimar, aber nächstes Jahr steht es auf jeden Fall an, dass wir noch mal hinfliegen, uns das dann auch von den Importeuren und den Kaffeebauern zeigen lassen und da ein paar Wochen verbringen. Okay, also ein paar Wochen gehen dann schon. Und abgesehen davon, wo wollt ihr noch hin? Also habt ihr noch andere Länder? Also ihr habt aus verschiedenen Ländern Kaffeebohnen momentan, oder? Zurzeit haben wir Kaffees aus Kolumbien, aus Brasilien und Äthiopien. Und wir wollen auf jeden Fall noch unser Sortiment auch ein bisschen erweitern, überlegen eventuell noch einen zweiten afrikanischen Kaffee mit reinzunehmen. Und Kolumbien ist auf jeden Fall ein Ort, wo wir sehr gerne hin würden und die kleinen Farmen. Ich meine, Kolumbien ist super bekannt für den Kaffee und dort eben die kleinen Farmen zu besuchen und sich das genau anzugucken. Das ist auf jeden Fall ein Reiseziel, wo ich zumindest gerne noch mehr hin würde. Ich glaube, Vincent ist mehr interessiert an den afrikanischen Ländern, vielleicht Äthiopien oder Kenia. Ja, auf jeden Fall. Also das sind alles spannende Länder, glaube ich. Und das ist auch immer spannend, die Unterschiede dann zu sehen, wie der Kaffeehandel unterschiedlich gehandhabt wird in den Ländern. Ich war halt lange großer Fan von kolumbianischen Kaffees. Deswegen haben wir auch zwei im Sortiment gerade. Jetzt gerade entwickelt sich das wieder zu so einer Leidenschaft für afrikanische Kaffees. Und das ist immer ein bisschen im Wechsel und damit dann natürlich auch das Interesse, wo man dann hin will. Ich hatte jetzt letztens auch eine Podcast-Folge, da ging es um Kaffee aus Vietnam. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht oder steht Vietnam auch bei euch auf der Liste? Vietnam steht bei uns gerade nicht auf der Liste. Also es ist auf jeden Fall nicht direkt angedacht. Wir haben natürlich von vietnamesischem Kaffee gehört, ich bin mir auch sicher, wir hatten schon mal Proben da aus Vietnam. Und es ist auf jeden Fall was auf dem Schirm ist. Und wir haben definitiv auch gehört, dass die gerade schwer daran arbeiten, gerade im Specialty-Bereich nochmal eine höhere Wertschöpfung auch zu generieren. und Südostasien ist vielleicht so nach dem Afrika und Mittelamerika das nächste Ziel. Mal sehen. Was habt ihr denn sonst so vor mit eurer Rösterei? Habt ihr da noch Pläne? Abgesehen davon, dass ihr für eine Weile verreisen wollt. Ihr wollt natürlich den fruchtigen Kaffee beliebter machen, aber habt ihr noch andere Pläne? Wollt ihr vielleicht noch einen Kaffee ergänzen? Oder wie sieht das bei euch aus? Also ich habe irgendwann mal einen Tim-Wendel-Böhl-Kaffee getrunken und bin daraufhin dann auch nach Oslo geflogen, um den vor Ort nochmal trinken zu können. Und das war eins dieser erwähnten Kaffee-Momente für mich. Und was mich aber an dieser Stadt unglaublich fasziniert hat, ist, dass in dieser gesamten Stadt eine ganz andere Wahrnehmung von Kaffee herrscht. Also auch wenn es nicht der beste Kaffee ist, ich konnte am Bahnhof, noch kurz bevor ich wieder abgefahren bin, aussuchen zwischen dem Äthiopier und einem Kaffee aus Guatemala. Und das ist ein bisschen die Vision, die wir haben für Mittelthüringen, ist, dass sowas in der Art möglich wird. Und da wollen wir mitwirken. Und ob das jetzt dadurch passiert, dass wir quasi mit Cafés zusammenarbeiten und denen helfen, ihren Kaffee-Ausschrank auf ein anderes Niveau zu heben, oder ob das bedeutet, dass wir nochmal weitere Filialen eröffnen, das lassen wir uns gerade noch offen. Wir sind jetzt ein halbes Jahr dabei. Aber das ist auf jeden Fall die Vision, die dahinter steht. Und wir kommen langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Aber möchtet ihr den Hörern noch etwas mit auf den Weg geben? Ein Motto oder eine Idee, eine Vision? Also, alle, die an Kaffee interessiert sind, ich sage immer, bleibt dran und trinkt einfach richtig viel Kaffee, weil das ist, glaube ich, der einzige Weg, um das Wissen wirklich zu steigern und einfach immer wieder zu probieren, immer wieder rumzuexperimentieren. und einfach mal ein bisschen darauf zu achten, okay, wie schmeckt der Kaffee, wenn ich ihn trinke und den nicht einfach, wenn man in den Kaffee geht, herunterstürzen, drei Löffel Zucker rein, sondern einfach mal darauf bewusst achten, was passiert da, wenn ich diesen Kaffee trinke. Ja, vielleicht ist es das einfach. Trink deinen Kaffee bewusst. Das klingt nach einem guten Rat. Ihr beiden, ich danke euch für die Infos und ich schaue mal, ob ich demnächst irgendwann mal bei Weimar vorbeischauen kann und dann dürft ihr mir mal euren fruchtigen Kaffee zeigen. Und ansonsten vielen Dank für die Infos und bis demnächst. Ja, wir danken dir und wir würden uns sehr freuen. Danke, tschüss. Ciao. Tschüss.